Moin liebe Kunden, hier sind wir heute vor Kalles Angelshop. Angefangen haben wir an der Kirche. Heute sind wir hier vor dem schönen Kremper Tour in Neustadt und Holstein. Seit 40 Jahren gibt es jetzt schon Kalles Angelshop. Seit 20 Jahren haben wir unser Bootsverleih. Hier mein Sohn und ich machen zusammen den Laden. Wir sind jetzt hier bei uns in Kalles Angelshop in unserem familiengeführten Unternehmen. Meine Mutter ist auch dabei, die kommt auch öfter mal. Wir haben unseren Laden auch darauf ausgerechnet, dass wir hochwertige Produkte haben, mit denen man erfolgreich angeln kann. Denn wir bei Kalles Angelshop sorgen für den Erfolg unserer Kunden am Wasser. Und das mittlerweile seit 40 Jahren. Mein Sohn ist ein ganz cooler Typ. Wenn wir beide zum Fischen gehen, habe ich gegen ihn keine Chance. Und er ist ein netter Kerl und ich bin froh, dass ich ihn habe. Wir haben eine große Auswahl an Mietbooten von 5 PS Booten, über 8, 15 bis zu 85 PS Booten. So, Kalle ist Kalle, muss man ganz ehrlich sagen. Das, was er macht, das zieht er durch. Jaaa! Jaaa! Scheiße! Ja! Good work! Meine Leidenschaft heute ist das Fliegenfischen. Ich liebe es einfach, mit wenig Gerät draußen zu laufen. Natürlich esse ich auch gerne Fische. Und ich entnehme sie auch und bereite sie zu Hause oder in der Natur gleich zu. Und ich bereue keinen Tag, den ich mit meinem Kunden hier im Laden oder am Wasser verbringe. Kommt gerne mal vorbei, guckt euch unseren Laden an, lasst euch von uns beraten. Ihr könnt gerne bei uns ein Boot mieten. Wir bieten auch Kurse an und Guidings, denn wir sorgen für euren Erfolg. Petri Heil! Petri Heil und bis bald! procedures Petri Heil! Bis zum nächsten Mal.